Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Dienstag, heute ist der 29. Oktober 2024 und ich bin fit für den Tag. Ich bin heute viel zu früh wach geworden, eine Stunde vorm Wecker oder so. Aber egal, ich bin dann raus aus dem Bett, ins Bad und jetzt geht es gleich ins Büro. Ich bin gestern, glaube ich, um 21.30 Uhr ins Bett, habe mir prophylaktisch gleich die Stöpsel in die Ohren gesteckt, weil ich schon gemerkt habe, die Kinder rennen wieder rum und der Vater ist ab und zu zu hören. Also, ja, war, glaube ich, ganz gut und dementsprechend habe ich durchgeschlafen und bin fit für den Tag. Wir haben gestern mit einem neuen Spiel angefangen, Life is Strange Double Exposure, kommt heute raus, offizieller Release heute. Für eine extra Version, da gab es so viel Stress auch und ein paar Lava, konnte man schon zwei Wochen früher spielen. Und, ja, ich habe meine Disc gestern bekommen, habe gestern einfach mal schon angefangen. Der Silence war ein bisschen traurig, weil er konnte dann den Stream nicht gucken, weil er es ja selber spielen will und sich nicht spoilern will. Aber dieses Problem hatte er nur gestern, weil wenn er heute damit anfängt, dann ist er ja morgen damit durch. Also, er wird mich auf jeden Fall überholen, er ist ja nicht so langsam im Spielen wie ich. Ja, was heißt er am Mittwoch? Also, morgen kann er wieder mit dabei sein. Ja, ansonsten, heute Arbeit im Büro, nach der Arbeit Spiele-Nachmittag in der Firma, freue ich mich auch schon drauf. Vielleicht nehme ich noch ein Spiel mit, ein kleines Kartenspiel, mal schauen. Und, ja, jede Menge Termine. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Jo, und gestern wieder eine Folge von Herr der Ringe geguckt, also Lord of the Rings, The Rings of Power. Und, mich unterhält die Serie gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehe die, äh, verstehe die, teilweise ablehnende Haltung, äh, nicht so eine teure Serie, man sieht es wirklich. Äh, und, klar, ist da auch einiges mit Greenscreen oder Bluescreen oder wie das heißt. Also, es gibt auch so eine blaue Band, glaube ich, mit der die arbeiten, oder mit so einem Dome. Äh, das siehst du aber nicht wirklich. Also, dir ist schon bewusst, dass es so ist, aber es ist wirklich nicht mehr so deutlich sichtbar und unecht, wie vielleicht in manchen anderen Serien. Ja, äh, ansonsten habe ich eigentlich nichts zu erzählen. Äh, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Dienstag. Kommt gut durch den Tag. Hab eben nochmal mit Nadine geschrieben. S-Bahn ist seit gestern unterbrochen. Die Nord-Süd-Strecke hat wieder eine, äh, äh, einen Schienenersatzverkehr zwischendrin. Wunderbar. Äh, jetzt habe ich sie gefragt. Am Freitag fahre ich ja nach Oranienburg, ob ich den oder den Zug nehmen soll. Weil mit dem kann ich zumindest dann durchfahren. Und muss nicht mit 100 Leuten in einen Bus rein. Ähm, und, das sieht gut aus. Das heißt, Freitag wird die Mecke mal ein bisschen reduziert. Wird aber auch Zeit. Ja, das ist es. Mehr habe ich nicht. Ich wünsche euch was. Einen schönen Dienstag. Äh, Berlin wird heute weitestgehend trocken bleiben. Also 20% Regenwahrscheinlichkeit. Und, äh, ja, bis zu 15 Grad. Jetzt nicht super warm, aber auch nicht super kalt. Gestern war sehr wechselhaft. Da ging immer das Licht draußen an und aus. Und ich musste mal innen nachregulieren. Wenn die dicke Wolkendecke war, war es so dunkel, dass ich halt Licht brauchte. Und wenn dann wieder die Sonne reingeknallt hat, Licht aus, dann war die Wolkendecke wieder da. Das war gestern echt, oh, nervig. Ich bin erstaunt, dass mir das im Kopf nicht, äh, zu schaffen gemacht hat. hm, irgendwie nicht. Okay. Ich gehe mal ins Büro und schnappe mir einen Kaffee und dann gucke ich mal, was so los ist. Bis denne. Tschüss. Tschüss.